Tirodde! Dieser Tag wird einfach besser und besser. Ich glaube nicht, was ich sehe. Das Heu benutzen ist voll! Wimo Tirodde spürt den Dreier-Pakt! Was ein Stunner! Tor! Da ist die Führung! 1 zu 0 für den ersten Hälften Köln! Noch ist der Ball heiß. Drexler auf Janne Sonn. Flanke an den zweiten Pfosten. Clemens noch mal quer. Und da ist das Tor! Da ist das Tor! Geron den Doppelpack! Doppelpack Geronne! Ja! Ja! Und noch mal ja! 2 zu 1! Tor! 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 3 zu 2! Tor, Rodde am Miller-Tor! Vier im Pokal, drei in der Liga gegen Aue, jetzt zwei hier auf St. Pauli. Spiel ist freigegeben, kurzer Anlauf, Terodde ins Tor! Terodde, 3 zu 2! Tor, Tor, Tor! Simon Terodde, Naldo! Jetzt hat er es dann doch wieder geschafft, der Simon Terodde nach der gefühlvollen Ecke. Bevor du mich schaust, Ball ist freigegeben, Terodde gegen Knaller, Terodde und das Tor! Unten rechts, Simon Terodde! Tor, 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 Tor Mit dem Kopf! Second goal for Köln and goal number 14 for the season for him. Second goal for Köln and goal is to get the first chance. He gets the second chance. He gets the third goal! Torotde! I can't get it! Torotde! 3-0! 46! First attack and the ball is pinned! Hextor into Torotde! I do not believe what I am seeing. A sixth goal for Köln. A third goal for Torotde. 2-0! And the cruise to Köln! 3-0! 4-0! 1-0! Goal! 1-0! 2-0! 2-0! 3-0! Roddel! Treffer Nummer 20! Tor Roddel! Tor Roddel geht auf Nummer sicher und bringt den Fuß noch ran an den Ball. Und dann kracht er aber mit voller Wucht gegen den Pfosten. Aber er steht schon wieder.